E-Learning und Webinare mit der Graphic-Novell 3 Steine Online-Lesung für Schüler auf Sicherheitsabstand digital übertragen mit mehreren Multimedia-Inhalten. Hier sehen wir zum Beispiel die PowerPoint-Präsentation, die gehalten wird übers Tablet. Die wird dann direkt gespiegelt auf eine Bildschirmübertragung und die geht dann direkt in das digitale Klassenzimmer. Sehen wir dort, das wird übertragen. Normalerweise werden hier auch noch die anderen Teilnehmer angezeigt. Momentan mache ich einen Workshop für die NRKZ-Gedenkstätte Neuengamme. Dort arbeiten wir dann auch hier mit einem Padlet. Das ist dann sozusagen eine digitale Pinnwand mit externen Links und aber auch die Links zu dem Cloud-Ordner, den ich angelegt habe mit Rechercheergebnissen, aber auch zu dem digitalen Meetingraum, dem digitalen Klassenzimmer, wo die Schüler dann per Video-Chat zugeschaltet sind. Und hier können die dann über den Cloud-Ordner dann auch verschiedene Medien anklicken, wie zum Beispiel die Fotorecherche, PDFs, aber auch Filmdateien. Und das alles gibt es dann auch zu mehreren Themen, wie zum Beispiel auch Grafik-Workshop oder die berühmte Lesung von Drei Steinen, die auch schon öfters gezeigt wurde. Und das alles im Stream. Und quasi ist das dann auch die Fachliteratur, die versucht, jugendtauglich an die Schüler gebracht zu werden. Einfach auf die Webseite dreisteine.com, dort Begleitmaterial anwählen. Da gibt es die weiteren Informationen und auch die Möglichkeit, dieses Angebot zu buchen. Es wurde jetzt schon öfters gefördert, auch von den Partnerschaften von Demokratie oder auch von der Gedenkstätte. Vielen Dank und wir sehen uns hoffentlich bald online.